Ja, hallo ihr Lieben, das ist ein Beitrag, ein kleiner Wirkkreis zum Thema Gemeinsam wirken mit Claudia und David. Und ich möchte das einmal aus Sicht der weiblichen und männlichen Energien beschreiben. Und bei David ist es eben so, dass er mich zutiefst fordert und immer wieder mich noch tiefer in mein Innerstes hineinbringt, an Stellen, an denen es eben noch mehr zu entdecken gibt, um mein Thema noch konkreter herauszuarbeiten und eben an diesen Stellen zu schürfen. Und bei Claudia ist es so, dass dort, und ich spüre das eben an den weiblichen Energien, Lösungen stattfinden. Das heißt, dass sie mir zu bestimmten Themen auch Lösungen anbietet, die mich mitunter darin unterstützen und die mir zeigen, ja, da bist du an den richtigen Stellen und das tut mir dann gut. So ist über den Weg immer sehr schön zu sehen, wie die weiblichen und männlichen Energien zusammenarbeiten. Danke.